Musik Buongiorno liebe Freunde der gepflegten Warthunder Unterhaltung Ich bin Raibun und das hier ist das neue Update 169 Regia Aeronautica Ich habe mich anfangs extra nochmal schlau gemacht, wie man das Regia ausspricht Und für den Fall, dass jemand sagt, das ist falsch, beschwert euch bei Google Der Google Translator hat es mir so ausgespuckt Wir sind auf jeden Fall jetzt in der neuen Nation Ihr seht es hier schon im Hintergrund, ich habe mir eins der Vorbestellerpakete dann doch gegönnt Das kleine für 9,99 Euro Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum, wieso, weshalb der Raibun fliegt doch eigentlich kaum Ja, das ist richtig, aber ich dachte mir, der Umfang dieses Updates ist so groß Dass man die italienischen Flugzeuge einfach nicht links liegen lassen kann Und der ein oder andere von euch wird es wahrscheinlich auch schon mitbekommen haben Ihr braucht eines der beiden Vorbestellerpakete Also hier entweder die CR32 bis oder die G55S Um quasi schon den kompletten Baum der Italiener durchforschen zu können Der hier oben bei der CR32 bzw. der BA65 und hier oben halt anfängt Und dann am Ende bei der F84G und der G91 bzw. der P110B bei den Bombern aufhört Es ist so, wie es auch zum Beispiel bei den Briten schon gewesen ist oder bei den Japanern Es ist also ein entsprechender Beta-Test Sprich also die Flugzeuge der Italiener werden für alle Spieler nach und nach ins Spiel eingefügt Und alle, die sich schon ein Vorbestellerpaket gekauft haben Die bekommen die Flugzeuge jetzt schon alle zum Erforschen Ihr seht das auch hier, klar, das war zu Anfang sowieso schon klar Die Italiener haben nur die entsprechende Luftwaffe Und für diejenigen unter euch, die es auch noch nicht mitbekommen haben Ist es dann jetzt auch so Wir hatten ja schon ein paar italienische Flugzeuge bei den Deutschen Da müssen wir mal eben gerade hier ganz kurz in die Luftwaffe reingehen Und ihr seht das auch schon hier Hier zum Beispiel ist ein kompletter Baum italienischer Flugzeuge gewesen Die ich tatsächlich noch nicht erforscht habe Die habe ich übersprungen Und auch hier waren glaube ich italienische Bomber Irgendwo, ich glaube zwischen der Ju 88 und der He 111 War noch italienische Bomber mit drin Die sind jetzt in den italienischen Baum gerutscht Beziehungsweise die gibt es im italienischen Baum Wo wir beim scharfen I sind Im italienischen Baum Und hier, wenn ihr sie noch nicht erforscht habt Sind sie hier entsprechend dann rausgestrichen worden Ja, das heißt also Für diejenigen, die sie noch nicht hatten Ihr habt sie jetzt hier nicht mehr Sondern im italienischen Baum Für diejenigen von euch, die sie schon hatten Die sind hier immer noch zu sehen Dann haben wir hier auch noch eine neue Premiummaschine Bei den Deutschen Das ist die BF 109A Flegel Ja, sieht jetzt Ja, also kann man mal machen Sieht jetzt, finde ich, nicht ganz so spektakulär aus Hat auch nur zwei 7,92mm Maschinengewehre Gut, ist dafür auch nur auf dem BR von 1.3 Und ansonsten schauen wir uns doch jetzt mal Auch die Fahrzeuge an Bei den Deutschen habt ihr auch mitbekommen Klar, der Puma Den werde ich auch, glaube ich, mit gleich als erstes erforschen Und euch dann Das Fahrzeug dann auch in einem separaten Let's Play dann zeigen Der ein oder andere von euch hat ihn mit Sicherheit Auch schon in irgendeinem Dev-Server-Video gesehen Und Was tatsächlich In der Ankündigung von Gaijin Nicht mit drin gewesen ist Und das hat mich ein bisschen gewundert Neben den noch anderen Ground Forces Fahrzeugen Die hier mit drin sind Wie hier nämlich zum Beispiel Wo haben wir ihn? Den T95 E1 Ja, den mittleren Panzer Der wie ich ein ziemlich krasses Design hat Also der sieht schon wirklich, wirklich krass aus Eher eigentlich sogar schon ein bisschen futuristisch Wenn man sich mal den Turm hier anguckt Der so abgerundet ist Da dürfte eigentlich, denke ich jetzt mal So gut wie nichts durchgehen Wir schauen uns mal die Panzerung an Die ist hier vorne Boah Durch die ganze Anwinkelung hier Nicht schlecht Nicht schlecht Also da habt ihr hier sogar an der Ecke Über 500mm Panzerungsschutz Also das wird Eine ziemlich krasse Angelegenheit Dann haben wir hier natürlich noch Wo ist er hier? Da haben wir ihn Den M60A2 Bei den Panzerjägern mit drin Ja, auch der hier Sieht sehr, 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 sehr futuristisch aus Ähm Ja, und neben diesen Neben diesen Fahrzeugen hier Die Japaner Haben Auch Ein neues Fahrzeug bekommen Und zwar einen Jetzt muss ich ihn nur finden Hier ist er Der Shito Late Auf 4,7 Ähm Den gucken wir uns auch mal kurz hier an Ja Ja Ist halt Ne So ein typischer Japanischer Panzer Auch mit einer Turmdrehrate Die Eieieiei Mehr oder weniger He Puh Ich möchte mal behaupten Hm Naja Eigentlich nicht vorhanden Das mit 7,6 Grad Ähm Das war es tatsächlich Ähm Bei den Japanern Da kam jetzt nichts mehr mit dazu Ähm Und was tatsächlich nicht angesagt wurde Ist Und darüber freuen sich glaube ich auch Verdammt Viele Und ich mich auch Wenn ich ihn dann dann auch mal habe Ähm Gut Auf der einen Seite haben wir hier natürlich den neuen Den neuen Churchill Mark 1 Ja Sieht jetzt auch nicht besonders spektakulär aus Wir haben hier einmal Ähm Eine Eine 40mm Zweipfünderkanone Und dann auch noch die 76mm Kanone hier unten Die 3 Inch Haubitze Ähm Ja das wird halt wieder ein Ich schieße meine Gegner einfach zusammen Weil bis die große Kanone nachgeladen hat Hat die kleine wahrscheinlich schon zweimal nachgeladen So Und wir hatten ja Vorher schon den Chief Tain Mark 3 im Spiel Und jetzt Endlich Gaijin Hat Die Gebete Und die Wünsche der Spieler erhört Und hier ist er nun Der Chief Tain Mark 5 Bis ich da bin Wird es noch Gefühlt Ewig und 3 Jahre dauern Aber Ich freue mich jetzt schon Auf diesen Panzer Und ähm Das wird glaube ich Ein richtig Richtig geiles Ding Wir gucken mal eben gerade ganz kurz Auf die Panzerungswerte Ähm Da seid ihr hier Vorne an der Wanne Gar nicht so stark gepanzert Mit 120 Millimetern Also empfehle ich hier jetzt schon mal Hier oben sind es dann schon 204 durch die Anwinkelung Hier oben 418 Und da wird es dann jetzt eher am Turm Ähm Wichtig werden Hier sind es so Ja Je nach Anwinkelung 260 270 Hier unten 300 Knappe Hier sind es über 400 Hier sind es knappe 300 Ja also da kann man schon ein bisschen mit arbeiten Also diesen Panzer würde ich eher sogar Hulldown spielen Ähm Als jetzt irgendwie da tatsächlich direkt frontal Äh Da auf die Gegner zuzugehen Das macht auf jeden Fall glaube ich mit dem Chief Tain Mark 5 mehr Sinn Und bis ich da bin Das seht ihr hier Wird es noch ein bisschen dauern Außerdem mit reingekommen Der Vickers Main Battle Tank Der Mikas Mikas Der Vickers MBT Ähm Was ich jetzt auch gelernt habe Bitte nicht verwechseln mit dem Vickers Mark 1 Der Vickers Mark 1 Ähm Ist der Panzer aus dem Ersten Weltkrieg gewesen Der hier sieht tatsächlich Sehr sehr kastenförmig aus Und ich finde er ist auch nicht wirklich hübsch Ähm Er sieht eher so ein bisschen aus Wie aus so einem alten Ja 16 Bit Computerspiel Wie man das noch irgendwie kennt Und auch hier schauen wir uns mal gerade ganz kurz Die Panzerungswerte an Ähm Auch hier die Unterwanne Eher Ja hier vorne auch Eher die Schwachstelle Würde ich jetzt mal ganz ehrlich behaupten Also Das ist ungefähr gar nichts Auf dem BR von 7.0 Auch hier unten Ähm Am Turm Ja Puh Also da müsst ihr tatsächlich mit der Mit dem Ding Mit dem Ding tatsächlich echt vorsichtig unterwegs sein Wir gucken uns mal die Modifikation an Weil wir haben eine 105mm 105mm L7 A1 geschützt Und ähm Ja Standardmäßig Da seht ihr schon APDS Mit ordentlich Bums dahinter Und Als zweite Munition Die Hash Mit 127mm Durchschlag Ähm Also Das wird schon Glaube ich Ganz gut Was man tatsächlich Was hier tatsächlich auch noch drin ist Ähm Der Vickers Hat Tatsächlich Ähm Zwei Arten Von Rauch Weil der Rauch ist ja auch ins Spiel mit reingekommen Ähm Zum einen habt ihr hier die Rauchgranate Und Dann den Smokescreen Ähm Der Smokescreen wird hier über die Über die Ähm Na Über die Nebeltöpfe So ist der richtige Ausdruck Über die Nebeltöpfe verschossen Ähm Und äh Zusätzlich Scheint es bei dem Vickers tatsächlich so zu sein Dass er hier auch noch die Rauchgranaten hat Also Die komplette Die komplette Übersicht der Fahrzeuge Welche jetzt Rauchgranaten bekommen haben Und welche Fahrzeuge Ähm Die Möglichkeit haben Ihre Nebeltöpfe Sofern sie denn welche hatten Zu benutzen Die findet ihr auf der Äh In der Im Change-Log Der Change-Log ist auch im Launcher Ähm Verknüpft Und auch natürlich auf der Homepage zu finden Von Von War Thunder Und dann haben wir jetzt auch noch bei den Russen Das Ähm Objekt 268 Wo haben sie das jetzt reingepackt Wo ist das drin Wo Ne Das ist da nicht hier oben drin Der IT1 Ah hier Das Objekt 268 Haben sie dann hier noch Entsprechend dazwischen gepackt Zwischen die Su 122-54 Und den IT1 Ja also das wird glaube ich auch ein relativer Hasspanzer Weil ihr hier ein 152 Millimeter Geschützt habt Das wird auch übel Wie schaut es hier mit der Panzerung aus Ja Auch die Panzerung ist hier vorne mit gut 300 Millimetern Und hier sogar an der Ecke Na leckt mich doch am Arsch fast Boah Je nach Treffer Hier auf der linken Seite Äh Wo sind wir denn Wo war ich denn jetzt hier gerade Wo hatte ich denn Ach so hier Das ist die Ecke hier Ja Also da wird man sich tatsächlich teilweise wahrscheinlich auch ein bisschen die Zähne ausbeißen Aber es ist auf jeden Fall nicht unzerstörbar Und dann natürlich nach dem T62 der T55A Ich glaube auch hier werden sich einige tatsächlich drauf freuen Und da ganz schnell hingrinden Beziehungsweise Ähm Sich den Panzer auch dann entsprechend Kaufen Ähm Es gab auch noch eine ganze Menge anderer Änderungen Auch an den Fahrzeug- und Schadensmodellen Äh Unter anderem ist das Schadensmodell des IS-6 angepasst worden Ähm Da muss man tatsächlich mal im Spiel gucken wie das Ganze ausschaut Ich gehe mal stark davon aus Dass Gaijin hier an der einen oder anderen Stelle Ähm Den Panzer weniger Bouncy gemacht hat Also dass ihr jetzt nicht mehr solche Schwierigkeiten habt Den Panzer zu knacken Ähm Wie es ja tatsächlich Ja Seit dem letzten Update Seit der Einführung In 1.6.7 der Fall gewesen ist Dass man sich tatsächlich wirklich frontal die Zähne ausgebissen hat Man muss das natürlich im Ähm Im entsprechenden Spielfluss dann sehen Ob das Anpassen des Schadensmodells Ähm Den Panzer jetzt weniger Bouncy macht Das muss man tatsächlich mal überprüfen Und dann natürlich hier klar Ja Die neue Nation Die Italiener Ich hab wie gesagt Ähm Mich jetzt nicht dazu hinreißen lassen Sondern mich bewusst dazu entschieden Ähm Mir eins der Vorbestellerpakete der Italiener zu holen Ganz einfach Weil es wirklich so ist Weil es wirklich so ist Dass ich sage Ähm Auch wenn ich wenig fliege Möchte ich euch trotzdem Den kompletten Umfang Dieses Updates Zeigen können Und ähm Ja Natürlich auch dann Ähm Mich jetzt bei den Italienern Ein bisschen durchspielen Und schauen Wie sich die Italiener fliegen lassen Und vor allen Dingen auch Wie ich mit den Italienern klarkomme Und ähm Möchte tatsächlich Durch diesen großen Umfang des Updates Ähm ja Die Italiener nicht Nicht links liegen lassen Sondern tatsächlich Ähm Auch da den vollen Umfang haben Und ähm Ja Mich auch an der Beta Für die Flugzeuge Dann auch aktiv beteiligen Und ich muss ganz ehrlich sagen Die Italiener reizen mich wirklich Ähm Deswegen Hab mir gedacht Komm Mach ich das einfach Und äh Schau einfach mal Wie das Ganze wird Ich werde jetzt So allmählich dann anfangen Jetzt dann natürlich auch Die ganzen ähm Fahr- und Flugzeuge Für euch dann Entsprechend zu erforschen Und äh Sie euch dann auch Entsprechend zu zeigen Euch zu zeigen Ähm Wie ich damit klarkomme Ich Kurzer Kurzer Kleiner Kurzes kleines Lustiges Ding am Rande Hier seht ihr 28.500 Spiele online 907 Schlachten Und äh Wir machen einfach mal Spaßeshalber folgendes Ähm Wir gucken einfach mal Ob wir eine RB-Schlacht finden Ach verdammt Moment Eine RB-Luftschlacht Ich war ja noch Ich war ja noch auf RB-Landschlachten So Wir gucken einfach mal Das ist wieder so typisch Es will jetzt natürlich Jeder die Italiener spielen Und ähm Ja dadurch Dass natürlich so wenig Spieler online sind Ähm Dauert es natürlich auch Eine gewisse Zeit Deswegen wäre es jetzt auch Ja Schwachsinn Ähm Ins Spiel rein zu gehen Weil selbst auch Der russische Server Auch hier sind 100 Spieler Ähm Die halt hier auch Eine Schlacht mit den Italienern suchen Da versucht sich jetzt natürlich Jeder entsprechend hochzuspielen Also ähm Ja Es ist so wie in jedem Update Mit ganz neuem Content Dass natürlich Ähm Viele jetzt natürlich auch Versuchen Ähm Da entsprechend Die neue Nation Dann spielen zu können Das war damals bei den Japanern Auch schon so Ähm Bei den Briten glaube ich War es nicht ganz so schlimm Ähm Und jetzt natürlich Bei den Italienern Ist es wieder so Weil klar Äh Die Leute wollen es natürlich Wollen es natürlich wissen Wie die sich im Ja im Spiel halt eben Einfach äh Anfühlen Und wie sich das Ganze Dann natürlich auch anlässt Gegen die anderen Nationen Zu fliegen Ich bin sehr sehr gespannt Ich freue mich schon riesig drauf Ich werde jetzt schon mal Ein bisschen anfangen Ähm Den Puma zu erforschen Damit ich euch den dann So schnell wie möglich Zeigen kann Äh Bitte wundert euch nicht Wenn es in den nächsten Tagen So äh Am Wochenende Ja vielleicht vom neuen Update Noch kein ähm Video gibt Ich habe jetzt am Wochenende Noch Geburtstag Deswegen ähm Ja kann es Ein bisschen Ein bisschen dauern Es wird auf jeden Fall Noch ein Gast Replay geben Das hatte ich vorab schon aufgezeichnet Und äh Ansonsten werden wir uns Dann natürlich dem neuen Content widmen Äh Des neuen Updates Und da wird dann jetzt Dann immer Äh peu a peu Immer mehr dann auch Von mir kommen Auch äh Dann natürlich auch Das ein oder andere Flieger Video Dann wieder Ähm Ähm Ich bin sehr sehr gespannt Auf eure Meinungen Zum neuen Update 169 Lasst mir gerne mal In den Kommentaren Eure Meinung dazu da Wenn euch das Video gefallen hat Dann wisst ihr wie es geht Bitte einen Daumen nach oben Da lassen wenn es euch gefallen hat Und wenn ihr mich noch nicht Abonniert habt Freue ich mich natürlich auch Über ein Abo Ich bedanke mich bei euch Fürs Zuschauen Auch wenn ich euch jetzt Ein bisschen zugequatscht habe Und ähm Ja Im nächsten Video Sehen wir uns natürlich wieder Dann mit einem neuen Fahrzeug Beziehungsweise Mit einem neuen Flugzeug Danke euch Bis zum nächsten Mal Macht's gut Euer Raibun